Herzlich Willkommen zurück zum Präsidenten, liebe Veronika. Jetzt machen wir hier mal einen Schritt. So, wir können jetzt hier raus und jetzt werde ich die Hälfte wieder gleich platt machen. Wir rennen nicht erst mal da rein. Hast du da vorne, wenn du nicht beim ersten Mal da bist. Was passiert mit den Leuten? Wir sind jetzt hier wieder Zombies. Ach ja. Ivova. Jetzt mach ich mal was anderes. Aha. Das ist doch besser, wenn ich von Weitem geschossen habe. So, da drin ist auch noch einer. Ja, noch kaum noch ein bisschen. Was hat denn der für eine Runde gehabt? Ach, der hatte so eine Runde. Der hat mir jetzt schon angemacht. Besser ist. Ach ja. Und ich hab den Feuerlöscher wieder abgelegt. Äh. Aber ich glaub das war hier gar nicht. Das war, glaub ich, in der Einrichtung, wo Claire jetzt ist. Wenn nicht, dann muss ich's eben nochmal holen. Ah, die Fischis leben ja doch noch. Sie sehen aus wie Kampffischweibchen. Wenn man Kampffische kennt. Die Weibchen, die sehen ja auch so ungefähr aus. Aber es sind bestimmt andere, weil die ja viel größer sind. Was ist denn das? Ich muss aussehen. Oh, oh. Ah. 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 Oh. Das gibt's doch gar nicht. Ah. Oh, Leute. Na Gott sei Dank, dass wir jetzt hier gespeichert haben. Ja. Da kann man ja sterben. Das ist der Wahnsinn. So. Dann legen wir mal hier hin. Hätte ich jetzt persönlich gedacht, dass mich der eine bringt. Zwei Gruppen. Was ist das? Mal ist das so? Und mal stört man. Ich würde mich nicht wundern, wenn der es auf der Brücke jetzt schafft. Beinahe hätte er es geschafft. Ich würde jetzt simper schauen. Achtung. Das finde ich jetzt wieder scheiße. Naja egal. Wir gehen jetzt weiter. Ich will mich jetzt nicht heilen. Wenn mich der andere jetzt töten sollte. Dann ist egal. So. Ich nehme mal die Pistole vor. Wir wissen ja wo. Deswegen. Wir nehmen die Pistole. Ich bleibe mal die Pistole. Genau. Im Ende. Wir leben die Pistole. Wir haben die Pistole. Wir haben das. Und. Nur die Pistole. So. Sie haben die Pistole. Ich schätze mal, der braucht mich bloß einmal schlagen. Ach, wisst ihr was? Ich nehme das jetzt und schieße von hier hinten gleich. Der war, irgendwie war der stärker gewesen. Wir sind schon wieder auf Achtung. Wir werden mit Sicherheit gestorben. Wenn der... Gibt's doch gar nicht. Oh, ihr habt ja gesehen. Er war schon. Wenn ich mir gar nicht handeln kann. Jetzt müssen wir wahrscheinlich alle einzeln rausnehmen. So, jetzt haben wir die Dinger raus. Das ist schon mal... Der blieb herrennt schon wieder so, als wenn er nichts verletzt wäre. Da haben sie einen extra starken hingestellt. Ja, der hätte mich... Der hätte mich... Wollen wir da eigentlich raus? Moment. Tatsächlich. Ja, der ist verschlossen. Scheinbar hat jemand das ungut benutzt. Na gut, dann wissen wir aber. Das war bis hier. Aber es hat nichts gebracht. Weil hier nichts ist. Ich glaube, Claire, die hält ein bisschen mehr aus wie das. Das wäre jetzt von einer seiner Kralle nicht auf Vorsicht gewesen. Ich würde hier überlegen. Ich würde noch mal zum Speicher kommen. Jetzt halber speichere ich jetzt hier nochmal. Jetzt müssen wir nämlich zurück. Ja, das muss ich noch hier. Ja, jetzt in dem Spielverlauf, da muss man dann schon öfter speichern. Weil es wird schon schwerer. Finde ich. Na, in dem Spiel gibt es ja keine Schwierigkeitsgrade. Ich dachte nur, dass es aber keine Schwierigkeitsgrade ist. Für jeden gleich schwerer. Ja, ich gehe wieder raus. Ich gehe wieder raus. Ich gehe wieder raus. Ich gehe wieder raus. Die mache ich jetzt nicht, aber der hat mich bestimmt verdichtet, oder? Ja, das heißt zum Speicherraum zurück. Und erstmal zurück. Ich glaube, wir müssen nicht so zurück. Ich glaube, die da einfach mal zweifeln stehen. Oh, der Schild. Oh, der Schild. Oh, der Schild. Warum kommt der jetzt mal her? Äh... Ich bin zum Kotzen. Oh, oh. Schaffe ich es denn noch? Bis ich das jetzt gleich sterbe. Ich meine, das wusste ich jetzt nicht, dass da zwei sind. Komm, Christus, schaffst du. Wir waren zwar vorher schon auf Vorsicht, aber es fliegt jetzt nicht, wenn ich jetzt die... ... die kann uns jetzt umregen. Oh, die spinnen jetzt nicht schnell. Die könnte uns jetzt umregen. Oh, ich bin so... Ich bin so... ... ich bin so ein bisschen zu Hause hochgefahren. Ich meine, ich muss es jetzt nehmen. So, ich muss es eigentlich nicht speichern. Ich bin so... ... ich bin so ein Speicher-Chek. Sicherheits-Hebens. Ja, jetzt kriege ich ganz schön Panik. Also, was die jetzt hier auffahren, das ist schon immer schön. Da heißt es dann hier bei dem Teil Stück für Stück mal schlafen. Ich muss mir einfach überlegen, jetzt gehen wir weiter und einsetzen. Ein Halbwunsch, ein Halbwunsch. Ja, das muss reichen. Das muss erst mal reichen. Und wir werden die drei Dinger ja los. Jetzt bin ich nur am überlegen. In der Fahrstandbahn. So, wir da jetzt, mussten wir jetzt die Schrot nochmal einlegen. Und dann würde ich es weitergehen. Ich weiß, dass wir die Schmuten nicht mehr ablegen wollen. Also, es gibt zwar keinen Weg, aber wäre so etwas erledigt. Das ist ja vorne mal. So, was ist jetzt da? Ne, da ging es ja nur bis dahin. Ich möchte es ja nicht. Da war doch die... Moment mal. Da draußen waren die auf dem anderen. Ey. War das nicht von hier aus gesehen? Hier durch. Hier durch. Ja, und hier raus, ne? Dann sind wir da oben. Ach ne, wir mussten dann hier runter wieder? Ja. Hier runter. Ja, jetzt sind wir hier oben. So, jetzt müssen wir in den ersten Stockmanns. Genau, so, ja, hier könnte man jetzt auch noch mal speichern, benutzen, ja, und dann gehen dann die Leser weg. So, benutzen, jawoll. Hebel? Ja, natürlich. Ah, Mann, da können wir runter. So, und jetzt können wir uns aber noch das Zeug da hinten schnappen, bevor wir da runter gehen. Schrot. Oh, nochmal Schrot. Das sieht gut aus. Und jetzt mal eine Heilung. So, schroteln wir mal nach. So, und dann können wir hier runter. Ich biete jetzt mein Herz. Sag nicht, da kommt jetzt wieder runter. Ich habe nur einen Heilkraut noch. Ach, spinne. Okay. Okay. Wasser an. Da lag doch noch was vor. Ich will jetzt wissen, was das war. Ich hoffe mal nicht, die haben mich vergiftet jetzt. Vergiftet? Vergiftet? Scheiße. So, ein Mist. Warum fühle ich denn jetzt hier Entgüftungskraut? Hier ist noch ein Gott. Jawoll. Ich habe jetzt überlegt, zurück zu gehen. Aber jetzt sind wir noch gut. Ach, mein Gott. Ach, da ist das Blauling. Aber auch nicht. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich hoffe, er所见. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, oh mein Gott. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich glaube die vergiften nur wenn sie dieses Zeug schicken Wir sind immer noch auf Achtung Und jetzt müssen wir Ja, genau Zum C-Frau Der war Der hat ja A nicht Ne, der war am zweiten Stock So, ich glaube hier hinten auch Da war er von draußen Und jetzt müssen wir Ich verspülle, wenn du dich rauszuhlst, wenn du dich hier umherrn willst. Genau, wir sind ja hier mit dem Verspiel. Ich glaube, jetzt verlaufe ich mich total. Ich habe hier einen Hunter gekippt. Ich glaube, das ist doch schon ein Problem. Das ist mir zu wahr. Gegen den Hunter kippe ich jetzt ihn noch mal. Dann laufe ich noch mal komplett rum. Das ist mir zu Ost. Ich komme da. Das ist der Marsch. Das ist doch der Anfang. Das ist doch der Anfang. Ja, wer wollte ich den Weg tragen? Okay. Das ist ja nicht möglich. Ach ja, wir haben jetzt, ich glaube, jetzt können wir das hier machen. Jetzt bleibt nur dieses Ding. So. Das ist ja, wir von hier um den Sprengang gekommen. Da ist ja nichts. Da ist ja noch da. Muss man da noch mal hin? Nee. Also, was ist das? Das war nicht gut, oder? Am ersten haben wir jetzt hier noch ein bisschen. Na, wir rennen jetzt hier um. Wir durften ja keine G-G-G-G-G-G-G-G. Das ist wohl lieber, als würde ich jetzt hier noch ein bisschen. Aber jetzt fahre ich mich irgendwie mit Lea hier. Und das hier gar nicht mehr mit hinten, weil es ja so an Wurzeln war. Dann hätten wir jetzt ein ganz schönes Problem. Rundfunk. Dann gehen wir raus. Dann gehen wir rein rein. So. Da jetzt hier wieder durch. Ja, das müsst ihr dann sehen. Also wenn ihr das spielt, müsst ihr sehen wie ihr es dann machen wollt. Entweder legt der nicht Schrot dann da wieder rein, aber das ist die Gefahr, dass euch ein Hunter begegnet. Der euch dann äh, killt. Ja, oder ihr lauft hier in so einem Weg wie ich hier. Oh Gott. Jetzt gehen wir mal einfach mal. Ein Chris, zweite. So. Und da. Ja, das mein Paar läuft. Femme, oder? Ja, das ist mein Paar läuft. Femme, oder? Ja, das ist mein Paar läuft. Femme, oder? Ja, das ist mein Paar läuft. KylieQui Aber es ist alles rein. Jetzt geben wir noch mal das Speicher. So, jetzt gehen wir noch mal das Speichern. Drei Tag scale. Aber den baal ist ja jetzt hier rechts Dale hier oder? Also quasi, wenn wir jetzt wieder rausgehen, äh, so, was sagt er, nee, mein Gott, so, ich werde erst mal den, genau, den Kanal, genau, ja, eigentlich steht schon, nee, 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 eigentlich nicht, ja. Ich bin ein, das ist 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 ein Ich kann euch keine Zunehmen. Da hier wird mal kurz. Ich mache keine Zunehmen. Da wird es nicht mehr Zunehmen. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Das ganze andere ich noch mal machen muss. Weiß ich ja nicht. Ja, spielen wir müssen. Dann rennen wir so gammlig weiter. Und zwar jetzt hier. Das ist ja ein... Das ist ja ein... Das ist ja... Hold on, Claire. I'll save you. Das war's schon. 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 Ja, wo sind wir denn jetzt hier? Oh, wir haben eine Trophäe. Also hier geht's schätze ich mal weiter. Ich will aber mal gucken, was auf der anderen Seite war. Wann grüß man? Ja. Wärst du mal erst auf die Seite gegangen? Okay. So. Zwei Türen. Erstmal hier. Also hier können wir schon mal rein. Ach, hier sind wir hier. Gut, dann guck ich erstmal die... Da scheint es um nicht weiter zu gehen. Guck, hier ist die Tür. Die Tür hier. Was? Achtung. Aufzug zur... Ach, das ist eine Not-O-Tür. Okay. Okay, dann müssen wir doch hier lang. So. Ah, mir fällt da vorne der... Das da nicht. Oh, da ist noch einer. Oh, da ist noch einer. So. 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 Jetzt können wir hier auch durch. So. Da war er. So. Wir gehen hier mal raus, ich glaub das ist immer dauert hier etwas schneller machen. Wir gehen durch da erstmal und sehen uns dann das nächste Mal. So was heißt hier? Ich hoffe nicht das hier mehr so geboten sind. Aber eigentlich müsste es auch erfroren sein bei der Kälte. Ihr seht ja wie alles Schneeweiß hier ist. Hier sieht es aber wieder noch warm aus. Na ja, er guckt da schon hoch, ich geh da lieber mal nicht lang. Es sei, wir müssen dann das Feuer löschen mit dem Arzt. Der Feuer löschen uns erstmal hoffentlich. So, dann sage ich hier an dieser Stelle, haben die das Zeichen. Hier sind wir noch das Zeichen. Dann haben wir das Zeichen vorher gar nicht losgekommen. Dann haben wir das Zeichen. Was ist das? Ich speichere jetzt hier, muss er jetzt aber nicht sehen, dann sage ich tschüss bis zum nächsten Mal.